Das sieht schlimmer aus. Das ist der TÜV-Prüfer, hat ein Schraubenzieher in der Hand. Also okay, aber demnächst solltest du das schweißen lassen. Ein SF500 sucht einen sehr guten Zustand. Baujahr 2000, 400.000 gelaufen. Bitteschön, hier, das ist ein Mercedes. Nein, ist zu groß. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bauen wir die Schweller aus. Achtung mal, Hedon. Ist ja ein bisschen Rost. Ich weiß es nicht, aber ich befürchte auf jeden Fall, es wird nicht gut aussehen. Ich baue das ganz schnell aus. Ich brauche noch ein paar Werkzeuge. Weißt du das? Wie geil. Was ist das? Kleine Angst, der fällt nicht runter. Ich habe so gedrückt, die so. Was ist das? Ich muss erstmal die ganzen Linger hier ausbauen. Hier sind die Gummischrauben. Ich könnte hier einfach so einen Mittenseitenschneider rausholen. Boah, wie viele haben die denn hier gemacht? Bei der ML waren nur drei, vier Stück. Für den ganzen Schweller, die haben wir ja draußen. Ob es dir gleich noch gut geht, wenn du das siehst? Also ich befürchte, der wird sehr, 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 sehr schlimm aussehen. Also irgendwie habe ich das auch so ein bisschen, das Gefühl. Wir nehmen ja nicht umsonst raus, die 500, glaube ich. Er macht seinen Namen alle Jahre. Richtig. Jetzt haben wir noch zwei Schrauben an der Seite, die machen wir vorne ab. Na nun, lass mal, was wird ja noch gehen können. Hier haben wir auch noch Zehner. Da sind noch zwei Schrauben. Ach da, ach da, ach da. Und hier genauso, ne? Und da genauso. Sonst geht es nicht ab. Oh, 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 oh. Achte mal, das. Das Ding ist hier weg. Hier ist der weg, hier ist der weg. Guck mal hier. Kann ich einfach so mit der Hand? Ja, ich muss mal von hier aufnehmen, dann sieht man das besser, glaube ich. Ach da. Okay. Nee, nee, nee. Ja, ach du mal. Ist das alles weg? Oh, oh, oh. Siehst du das alles hier? Ja, klar. Siehst du das alles hier? Ja, klar. Ja, klar. Siehst du das alles hier? Lass ich das mal bitte einmal auf den Boden schmeißen, das Ganze? Auf den Haufen? Ja. Ich glaub mir, die Hälfte ist noch irgendwo hier drinnen. Also das war früher Material, der in einem 200.000-Mark-Auto verbaut wurde. Was sollen wir dazu sagen? Ganz ehrlich, so ein Auto ist auch nichts wert. Das ist das Problem. Weil wenn ihr das hier in einer Karosserie-Werkstatt oder in einem Meisterbetrieb machen würdet, das würde einfach unheimlich viel kosten und das lohnt sich nicht. Der Haufen wird immer größer. Wird immer größer. Und die Hälfte haben wir noch verloren. Die ist ja irgendwo rausgeflogen. Wenn du ein Audi nimmst, Baujahr 2000, wir gehen immer von der dicksten Maschine aus. Guckt mal, was es kostet. Ihr findet keinen für 6, 7, 8.000 Euro. Ihr nehmt einen BMW, ich sag mal einen E39, 540er, findet ihr nicht unter 7, 8.000. Aber ihr sucht einen Mercedes S-Klasse W220. Die Dinger kriegt ihr hinterhergeschmissen. Deswegen. Ich finde es so schade, Mercedes hat so schöne Autos gebaut. Wenn du das hier fährst, ehrlich, vergisst ein Audi, vergisst ein BMW. Keiner lässt sich so wie ein Mercedes fahren. Aber bei keinem hast du solche Sachen. Du kannst dich hier drinnen verstecken. Guck mal. Guck mal, hier ist alles gesund. Und hier fängt es wieder an. Hier bis hier hin. Wir werden jetzt einmal die andere Seite ausbauen. Und dann? Und dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Ob der genauso schlimm aussieht oder ob er vielleicht besser aussieht. Ich denke, es wird gleich sein. Was sagst du? Kann ich dir nicht sagen, wir müssen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das hier beim Mercedes abkriegt, kein Problem. Kauft euch eine 20 Jahre alte Mercedes. Der kommt einfach von selbst aus. Das sieht schlimmer aus. Ja. Der sieht schon gut aus. Mal schauen. Ach du Heilige. Ach du mal. Stern uns vor, der TÜV kommt so. Das ist der TÜV-Prüfer hat ein Schraubenzieher in der Hand. und dann guckt er ja immer ob da löcher drinnen sind also okay aber demnächst solltest du das schweißen lassen ist noch okay ist noch ein rahmen okay okay das ist das ist auch noch ein rahmen hier sagt das auch ich weiß aber sonst ist der wagen das ist schon krass hier jetzt weiß ich auch warum er so gut abgeht wir haben hier so viel gewichtsreduzierung in diesem auto das ist unglaublich aber egal wo du drauf haust du hast überall noch wahnsinn guck mal ich guck jetzt extra hier von unten komm mal hier so genau sind die stellen hier vom tüvprüfer der verkaufen halben einmal s 500 ich verkaufen s 500 der ist auch in guten zustand also wenn ihr den kaufen wollt könnt gerne den probe tragen ja was gibt es für möglichkeiten schweller kaufen aber da muss ja bestimmt blech oder so das ist eine komplette schweller die kümmer von ihr abschneiden und die abschneiden aufnahme noch müssen ja auch verstärkt werden die ganzen sachen wieder neu machen und dann kompletten schweller erneuert ich bin einfach nur traurig dass so ein schönes auto so dermaßen unter deinen füßen in wahrsten sinne des wortes weg rostet rosti 500 du machst deinen namen echt ehre ich gehe jetzt nach hause sucht mir paar seiten schweller und dann machen wir unser mission impossible weiter hier ja dankeschön fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat ihr könnt gerne mal ein like lassen wenn ich abonniert hat kann abonnieren und wir sehen uns beim nächsten euer kraft zu ziehen bis dann haut rein tja eilus guckst du loch loch 500 so machen wir jetzt feierabend ach so warte ich bin schon mal werkzeug habe ich noch was vergessen hat der menschlaube vielleicht hallo hallo die ölwanne die sieht noch gut aus ich borde wieder zurück ich habe jetzt alles vergessen jetzt können wir feiern ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017